Dieser Zyklus ist als Aufnahme überfällig. Unsere Musiker wachsen von klein auf mit dieser Musik auf. Es ist in der DNA des Orchesters drin. Im kollektiven Gefühl, im kollektiven Spiel, im kollektiven Bewusstsein des Orchesters ist ein Sinn für diese Musik, ein Sinn für die Phrasierung, ein Sinn für die Klangfarben, für das Spiel. Der Koffer aus der Welt ist ein Sinn für die Krise. Wir werden mit dem Feuerstunden in die Schönheit ein.